Hallo, mein Name ist Norm Thiede, ich bin die Leitung hier im Rückenzentrum Wärmungsküchen. Heute möchte ich euch einmal einen Teil unseres Trainingskonzeptes vorstellen, und zwar den Beinbeuger von eGym. Das ist ein Kraftgerät, was digitalisiert ist. Ich habe hier mein Armband, da sind meine kompletten Einstellungen drauf, Sitze, Hebelposition und auch die Belastung, also mein kompletter Trainingsplan ist hinterlegt. Ich melde mich an, jetzt ist gerade Pausenzeit. Ich nehme Platz und das Einzige, was ich machen muss, ist, die Rollenhöhe zu verstellen, um meine Beine zu fixieren. Hier auf dem Bildschirm wird mir gerade noch Pause angezeigt, und wenn ich auf Start drücke, fährt das Gerät in die Ausgangsposition. Wenn ich jetzt hier trainiere, werden mir Kurven vorgegeben. Das ist das Charakteristische für eGym, und durch diese Kurven habe ich die Möglichkeit, nichts verkehrt zu machen. Also die Fehlerquote wird quasi gegen Null gesetzt, und ich werde so angeleitet, dass ich meine Wiederholungszahl vorgegeben habe, ich habe mein Bewegungsausmaß vorgegeben, ich habe die Geschwindigkeit vorgegeben. Und je nach Trainingsziel möchte ich einen Muskelaufbau betreiben, möchte ich vielleicht ein Diabetes-Training. Bin ich ein akuter Patient und habe Schmerzen, kann ich ein schonendes Training angeben. Und so verändern sich die Kurven, so verändert sich das Training, und gemeinsam mit dem Therapeuten wird dieser Trainingsplan aufgestellt, und dann kann es losgehen. Das ist eines von vielen Kraftgeräten. Wenn Sie das kennenlernen möchten, kommt vorbei, und wir können sofort starten. Bis dahin, euer Norm, viel Spaß. Ciao. Ciao.